Warum bin ich so ruhig? Das geht den ganzen Tag so. Ich gehe den meisten Menschen jetzt einfach aus dem Weg. Aber nicht, weil ich Angst vor dem Virus habe. Ich gehe den Menschen aus dem Weg, um Abstand zu halten. Ich habe Angst vor dummen Sprüchen. Ich habe Angst davor, dass die Menschen nicht erkennen, was hier mit ihnen gerade gespielt wird. Es ist ein Machtspiel. Ich habe in den Kommentaren zu meinen Videos so Fragen gelesen wie, was bringt diese Menschen dazu, so mit uns umzugehen? Wie machtgeil muss man sein, um so einen Unsinn zu verzapfen? Ich weiß es nicht. Nach allem, was ich in der Schule gelernt habe, dachte ich immer, das hätten die anderen auch gelernt. Aber die haben nicht gelernt, wozu das führt. Sie merken, ich atme auch schon wieder so, so eine Art und Weise, die weit weg ist von irgendwie Lachen oder Wohlbefinden. Da würde ich gerne wieder hinkommen. Ich möchte gerne lachen. Ich möchte mich gerne wohlfühlen. Ich möchte gerne zwischen anderen sitzen und mit denen eine Gemeinschaft bilden. Aber es gibt keine Gemeinschaft mehr, weil es ist völlig egal, was sie heute sagen. Die anderen werden darüber nachdenken, ob sie jetzt gerade verstoßen gegen irgendeine Regel, ob sie links sind oder ob sie rechts sind. Oder ich weiß nicht, was die sonst überhaupt denken. Also wenn sie gerade ausdenken würden, würden sie merken, das, was hier gerade vorgelebt wird, ist kein Leben. Das ist Bullshit. Und wir müssen damit rechnen, dass das Konsequenzen haben wird bei diesen Menschen, die sowieso vielleicht schon depressionsgefährdet sind. Und konfrontiert sind mit einer Situation, die weiterhin zu nichts Gutem führen wird. Also, ich hoffe mal, das Problem löst sich in einer friedlichen Art und Weise auf. Das ist wirklich meine Hoffnung. Am 29.08. haben wir in Berlin eine große Party. So ist es gedacht. Und die wird friedlich sein. Sehr friedlich. Und die Menschen, die glauben, dass ich hier irgendwie neben der Spur liege, werden merken, dass ich hier den neuen Mainstream vertrete. Ich bin derjenige, der Ihnen jetzt schon sagt, dass die allermeisten Menschen in diesem Lande in wenigen Monaten ähnlich denken werden. Hoffentlich, spätestens. Denken Sie jetzt. Bis zum nächsten Mal. 健én, seid ihr weiter. Malen sind die faisait fist. desires demonst protected. Sic cabinets. Bem qualit Wenn Sie da jetzt fest, tipozaher resonance Mi flauwe den.